Hallo liebe Spieltippszuschauer, ich bin's wieder, euer Onkel Jo, hier in Köln auf der Gamescom. Ich hab mir schon wie jedes Jahr die Eintrittskarten geholt und ab morgen berichten wir hier live, was es für tolle neue Spiele gibt. Schaut unbedingt auf Spieltipps rein, es lohnt sich! ARD Text im Auftrag von Funk